Ich bin als erstes hierher geflogen und wollte nur schauen, wie es hier ist und noch gar nichts machen lassen. Und dann habe ich aber das ganze drumherum gesehen, viele Patienten kennengelernt, die hier schon sehr zufrieden waren und da habe ich mich entschlossen auch gleich die Behandlung zu beginnen. Es ist eine wirklich super Hightech-Ausstattung und das Personal ist überall sehr, sehr freundlich, hilfsbereit. Wenn man mal irgendwo ein Problemchen hat, wird das sofort gelöst. Also man fühlt sich hier wirklich in guten Händen. Es ist hier viel persönlicher. Die Termine sind kurz hintereinander. Also man ist hier, ich sage mal, in einer Woche ist alles erledigt, wo man in Deutschland vielleicht über viele, viele Monate immer zum Zahnarzt muss. Und ja, man fühlt sich einfach auch sehr gut hier aufgehoben.